Mir ist gestern mal was aufgefallen, was wahrscheinlich für viele Menschen selbstverständlich ist. Aber für mich nicht. Je nachdem, wie ich meine Haare föhne, liegen die danach anders. Da hab ich nie drüber nachgedacht. Wenn ich meine Haare gar nicht föhne oder so von oben einfach so föhne, dann liegen die einfach den ganzen Tag so platt. Jetzt im Nachhinein logisch. Aber ich hab gestern aus Zufall was anderes gemacht. Ich hab gestern aus Zufall so beim Föhnen so rumgewackelt und so ein bisschen rumgedanzt und so. Ich will das mal zeigen. Und was mir dann auch gefallen ist, ich kann meine Haare Angst machen, wenn ich nicht so föhne, sondern... Ich will das mal zeigen. Ich will das mal zeigen. Sondern so. Die liegen jetzt viel voluminöser. Das sieht so aus, als hätte ich doppelt so viele Haare wie vorher. Jetzt hier so machen. Das ist auch hinter. Also, Alter, hier. Ich bin hier mal wieder der übelste Maitre. Na jedenfalls, das ist nur mein neuer Lifehack, den ich zeigen wollte. Wenn ich da jetzt noch irgend so ein bisschen Wachs reinmache und die nicht so liegen, dass ich es nicht aussehe wie so eine Märchenfigur, sondern so, da kann ich dann mit zufrieden sein. Das war schon hier. Haare Lifehack.